Hallo liebe Freunde der Orgelmusik. Herzlich Willkommen zu meinem neuesten Video. Ich habe schon längere Zeit etwas in meinem Posteingang liegen und bin aber nie dazu gekommen das mal zu spielen. Das sind nämlich Kompositionen von Theo van Waal aus Südafrika. Aber dann war Weihnachten, Ostern, Pfingsten und so weiter und so weiter. Und ich war nicht dazu gekommen. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Und zwar ist es ein Koralvorspiel über Herz und Herz vereint zusammen. Johann Sebastian Bach hat ja das berühmte Orgelbüchlein komponiert. Und das ist eigentlich mehr so eine Art Lehrbuch, wo man dann sehen kann, wie man Kirchenlieder oder Choräle auf der Orgel spielen könnte. Ein Koralvorspiel, daraus geht über die Melodie Alle Menschen müssen sterben oder im laudistolischen Gesangbuch gerne in alles mich zu fügen. Habe ich auch schon mal gespielt. Das ist sozusagen die Vorlage, die Theo halt für sein Koralvorspiel genommen hat. Das ist sozusagen im gleichen Stil oder in der gleichen Ausführung gemacht. Theo hat hier auch eine ganz spezielle Registrierung vorgegeben. Organo Pleno. Und hier ist es genau hingeschrieben. Die heißt auch Döner Kebab Registrierung. Mit alles und viel scharf. Ja, damit viel Spaß. Macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Amen. 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 Amen.